und damit herzlich willkommen zu einem weiteren abenteuer hier in train driver 2 in dieser ausgabe wenn man uns ein weiteres stellwerk mal im detail ansehen und zwar ist es krünki ob das jetzt richtig ausgesprochen ist sei dahingestellt weiß ich nicht aber ich glaube man spricht so wenig aus und das ist ein echter bahnhof den gibt es wirklich das ist im rahmen des lkprojekts entstanden und ist verhältnismäßig eine neuere szenerie im ende juni ist sie rausgekommen ist level 3 hat es bekannt und ich denke mal ganz nett für so zwischendurch ist da oben ist unser posten und den schauen wir uns mal ganz kurz an das ist natürlich nicht unser stellbild schön wäre es haben hier die aussicht auf dem bahnhof wer mir darauf gehabt leise wir haben drei perons einer dahinten da und da dann haben wir hier hinten eine ehemalige lade lampe mit den alten schuppen hier der ist aber nicht befahrbar beziehungsweise die gleise sind da aber es ist gesperrt und wir schauen mal in die andere richtung da geht es dann weiter und diese zweigleisige trasse da ist interessant gebaut am besten schauen wir uns das von unten ganz kurz an so unser auto wo bin ich aber nicht sehr gut und dann schaut euch das mal an wieder die streckenführung ist ist kreativ gemacht um das mal so zu sagen na gut gehen wir mal in den bahnhof rein und schauen was wir da so entdecken können diese bahnübergang können wir dann von unserem häuschen hier aussteuern wer möchte aber vermutlich werden die meisten den e zu haben so da sind die perrons und hier wer genau der anschluss zu diesem gütergleis aber hier ist er mit reinfahren zumindest für den moment ist eigentlich schade da könnte man eigentlich nur irgendwas parken und halt der perron an sich also ich bleibe dabei die dinger sind unglaublich schmal wenn da auf beiden seiten irgendwie was reinfährt dann wird es ja kuschelig da sind wir bei uns ein bisschen verwöhnt da hinten hat es noch einen kleinen industrieanschluss von der firma euro box wenn ich das jetzt richtig im kopf habe das ist befahrbar das sehen wir uns auch gleich mal an ob wir das noch gesehen haben sind wir jetzt sicher war da hinten eine handweiche wir gehen noch mal ganz kurz da nach hinten weil ich meinte da hinten war irgendwo auch noch eine handweiche super sprint das wäre natürlich jetzt super praktisch hier ja da ist die nächste tafel aber wir haben da wk sperre ok keine handweiche es war einmal zu dem also schauen wir uns mal den industrieanschluss an geht hier rein da kann man natürlich mit einer sm ein bisschen rum spielen aber ich sag's euch gleich wirklich viel kann wir da hinten nicht abstellen wir haben da hinten zwei gleise wo man was packen kann muss doch mal eine stelle wo man auf die andere seite kommen können jetzt gleich sehen ist gleich hier um die kurve hier nochmal magic durch das tor und das ist die firma an sich das ist spannend und das sind die zwei gleise da hat es eine handweiche hinten hat es auch eine handweiche und genau hier können wir halt ein paar wagen abstellen also eher so auf dem ersten gleis hier dann das zweite zum hochfahren und da hinten ist dann schluss und da wurde sogar an dem prellbock gespart ist nicht doch also rechtzeitig anhalten ansonsten ist hier finito daher geht es sonst auch nicht sehr viel zu sehen schauen wir doch mal ganz kurz hier dahinter vielleicht versteckt sich irgendwo ein easter egg sieht aber nicht so aus wir gehen jetzt mal hier raus und dann zeige ich euch mal das spk bild was hier vielleicht für den ein oder anderen minus punkt ist wir haben hier sup das ist ein ganz toller spaß und das ist das ganze bild also ihr seht es ist ziemlich übersichtlich einfach hier durchgangsverkehr altert mal die s bahn ihr könnt ansonsten hier eigentlich alles starten die spawns sind einerseits signal g und l mal kurz schauen wo g ist g ist da oben das ist bei heron 3 müsste das sein das ist das gleis hier und dann müsste l eigentlich das hier unten sein wenn es jetzt richtig hat ja genau l ist dann das gleis schöne ist das band hier als personenzug beispielsweise und dann braucht sie da nicht irgendwie großartig umsetzen kann man direkt rausfahren außer ihr schickt sie in die andere richtung soweit mal zudem als vergleich würde ich euch mal ganz kurz echte bilder zeigen indem sie in echt aussieht und ich denke die station ist ziemlich gut getroffen hier einmal statt semer vorweg da mehr die echten bilder also man kennt das schon gut wieder in ich bin echt ein bisschen überwachsen da hinten dieser fall hat hier hat sogar noch recht viel holz der bahnübergang ja genau das da wo jetzt hier gesperrt ist aber man erkennt es auf jeden fall wieder da hinten es geht halt in echt ein bisschen schräg da hinten ab wobei es in td2 ein bisschen extremer aussieht dann müsste man einmal mit dem zug einmal durchfahren ja genau genau rampe hier und da ja stimmt da hinten da ist es auf dieser verlagert und da hat es diese handweiche die haben wir jetzt aber nicht gesehen die was da hinten nochmal weggegangen ist 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 die was wir gehen auch mal nach da hinten und schauen mal ob ich wenigstens anzeichen dafür da sind dass da noch ein gleis hier hinten weggegangen ist aber ich meinte da war nichts aber dann frage ich mich wo genau das gleis hingegangen ist weil hier ist direkte straße was auch das holz so wie im bild beziehungsweise war aber ich auch noch hier drauf ach nee da ist die handweiche es ist doch da okay das ist dann halt nur noch dieser stummel und ich habe das bild gerade auf einem anderen monitor und das ist auch noch dieser stummel okay ist die frage wo das mal hingegangen ist also ist das mal einfach nur bis dahin reingegangen zu der abstellung dass man hier eine log stehen konnte weil das ding dürfte ja schon eine gewisse zeit aufstehen hm interessant auf jeden fall darauf achten dass die weiche richtig stell ist beziehungsweise man kommt hier ja sowieso nicht rein offiziell zumindestens okay das wär mal das ich würde mal sagen wir tun mal ein bisschen stellwerken hier drin ich geh mal auf pl1 werde die station mal hoch starten und dann lass mir hier mal ein paar züge durchfahren mit ansagen ich versuch's zumindestens also liebe leute kleiner steht für euch gleich geht's weiter so dann da habe ich mal die station auf pl1 angefeuert ein farb lang kommt auch noch dauert ein bisschen bis das dann soweit ist da werde ich dann für euch mal cutten und eine sache habe ich tatsächlich noch vergessen euch zu zeigen und zwar haben wir noch paar andere spawnen das sk ist das wo wir jetzt hier drin sind dann haben wir noch wikno dass wir immer von der schiene weg schauen das ist hier das ist ein kleiner haltepunkt wo die züge hier halten können und dann haben wir hier noch Zau Zauosi Zauosi ich kann es nicht aussprechen das ist der nächste und wer dann das SOP Bahnübergangsteile sucht das ist hier also wenn ihr hier eine Störung habt dann solltet ihr das dann gleich mal sehen das ist Kilometer 74 irgendwas ah 42 irgendwas 43 8 ist hier das ist dieser Bahnübergang ich hoffe mal der wird bei mir keine probleme machen und ja jetzt actually it was wir jetzt aber noch nicht angesehen haben ist ob es noch irgendwas spannendes hier gibt ne ich glaube ich habe noch mehr so eine kleine Siedlung hier wobei geht da nach hinten ein bisschen weiter ja sie sind auch kreativ angezogen vielleicht hier hinten nö aber da würde ich mal die Bäume stützen hier ein bisschen überwachsen dann hinterm LKW noch vielleicht irgendwas nö aber ich glaube ich würde sagen während ich dann hier auf den Zug warte schauen wir uns mal den hier an werde ich mal hier ein bisschen für mich rumlaufen auf ok legend dana d ähm ich glaube ich muss das mal ganz kurz übersetzen ich bin gleich wieder bei euch da ok ich habe mal kurz google gefragt das heißt legendäre Pferdekutsche äh ja ok dann glaube ich habe ich mein Easter Egg gefunden oh wie geil ja eben deswegen lohnt es sich die Szenarien mal ein bisschen genauer anzugucken weil dann findet man vielleicht ein paar nette Gags ich glaube das wars aber hier ok ok haben wir vielleicht auf der anderen Seite irgendetwas oh da kommt das alles nur was ist da da ist ein Strahl warte mal bevor ich da runter gehe haben wir hier noch was ich glaube die Leute kommen von da hinten gehen den Weg da runter und dann darüber aber ich glaube da hinten ist sonst ja wobei der Weg geht da nach hinten weiter ich glaube jetzt hätte ich gerne Lok hier ähm interesting ja dann schauen wir uns mal unten den Übergang hier an ob wir da irgendwie links und rechts was interessantes sehen wir sind hier bei Kilometer 39 9 warte mal SOP prüfen ja ne das war 43 43 754 um genau zu sein komm lauf schneller oha unbeschrankt hier gefährlich auf der Hauptstrecke ok schauen wir mal hier nach hinten Aber es muss ja nicht bei einem Easter Egg bleiben Da geht es irgendwo hin Und hier Schickt sich da irgendwie was Nö, das sieht nicht so aus Wer von euch macht das eigentlich auch Also wenn ihr neu irgendwo auf eine Szenerie reingeht Damit ihr die mal macht Geht ihr dann auch mal rum Und schaut mal ob ihr da irgendwie witzige Sachen findet Die vielleicht der Bauer irgendwo hingestellt hat Ich finde das noch mega spannend Da ein bisschen rumzugucken Vor allem wenn man dann eh nichts zu tun hat Weil gerade so kommt es wie jetzt Da ist der Fahrplan gerade wieder weggegangen So typisch Nö, ich glaube hier ist nichts versteckt Nö, da hört der Weg auch wieder auf Kurz hier gucken Nö, Waldbarriere Nö, okay Passt Dann gehen wir wieder zurück ins Stillwerk Und ich mache dann mal den Spawn auf Und wenn jemand kommt Dann sehen wir uns gleich wieder Währenddessen Werde ich hier in der City mal ein bisschen rumlaufen Und schauen ob ich da irgendwas entdecke Hat es doch ein bisschen Space hier Wo man was verstecken könnte Wer weiß Also liebe Leute Cut und bis gleich Und wir sollten annehmen Da kommt ein Zug Finally Und zwar ist es ein R.O.J. 6, 5, 8, 7, 4 Von Disszowice nach Tomasko Matsuik Das ist sogar Tatsächlich die richtige Richtung Wenn wir uns mal kurz den Fahrplan anschauen Disszowice, Stritzki, Tomasko Werde tatsächlich auf der rechten Seite Falevo, Otwoko Wir werden Ansagen machen Also ich werde es einerseits mündlich machen Ich werde es dann auch im Chat reinposten Das ist so ein neues Ding von mir So Hier machen wir mal zu Und Ach doch Nein, eine Sache noch Schaut mal Wikno Und Zaosi Und dann kommt Skrünki Unsere Station Rein von der Reihenfolge her Wikno Zaosi Und jetzt schaut mal hier Links unten Wikno Zaosi Das ist genau in der richtigen Reihenfolge Wie es dann zum Bahnhof geht Also Von unserem Stellwerk aus gesehen Da Sind die beiden Stationen Da unten Also links von uns Wir werden Schon mal die Einfahrt geben Jetzt muss ich mal kurz schauen Wie weit Signal K geht Ob das beim Perron endet Aber was sollte eigentlich Ja, kurz nach dem Perron Sprich bis dahin kann er fahren Und nach dem Signal Ja, könnte theoretisch einer Aus dem unteren Gleis hier wegfahren Ja, okay Passt Macht irgendwie Sinn Natürlich vorsichtig sein Mit da was rausschicken Ansonsten ist hier blockiert Und Ja, wenn der Zug hier reinkommt Der kann auch rechts Kein Gegengleis machen Das müssen wir also vorher schon wissen Ob der Zug Gegengleis machen muss Oder nicht Und es muss eine Retour fahren Von anderen Seiten her Wird es gehen Dann wissen wir das mal Na gut Nachdem das ein EN57 ist Werden wir uns hier bei WIC Nur mal hinstellen Ähm Ich bin mir gar nicht Sicher Von wo er hier kommt Aber ich glaube von da Das heißt Ich Werde mich mal hier hinstellen Kann das natürlich auch komplett falsch sein Aber Ich glaube es jetzt einfach mal Dass er von da kommt Das wäre halt echt super Wenn ich ein Signal sehen würde Nix Signal Hm Naja Was soll's Wir werden es gleich sehen So Und dann Werde ich mal gerade nebenbei Die Ansage vorbereiten Wir haben mal hier Die ist richtig Mit Wort auf Bleist Eins Ja Bleist eins Doppelchecken Bleist eins Es ist schon mal rot Also kann es nicht mehr Allzu lange dauern In Wigno Hat er den Halt Um 15 19 22 Zur Osi Strzynski Um 26 Dann abfahrt Oh Habe ich den Body Begangen zu Nö Habe ich nicht Hahaha Hahaha Gut Dass ich da jetzt nochmal Nachgeschaut hab Das wäre sonst Nicht gut gewesen Okay Warnigbegangen ist zu Huuu Kleinsten Hauch Auf Verdacht Und wenn man unsicher ist Lieber nachsehen Dann gibt's Stress Und S zu P Habe ich Auf dem anderen Monitor Offen Sehr gut Aber ich glaube nicht Dass er meine Störung Macht Bei der ersten Durchfahrt Des Tages Aber es Ist ok Mal Weiß nie Oder Person Hat ein Timeout Soll ab und zu Mal vorkommen Habe ich gehört Hahaha So Habe ich es in der Zwischenablage Yes Da darf ich dann Das nur noch Einfügen Ah ja Ich habe übrigens So ein kleines Tool Geschrieben Empower Shell Das ist ein kleines Skript Ding Das kann man dann ausführen Und das generiert Einen Stationsansagen Also wer möchte Ich werde den Link in der Videobeschreibung reintun Ich hoffe ich denke dran Und da könnt ihr euch das mal Angucken Und könnt dann selber So kleine Announcements machen Es ist so ein bisschen Nebenbei entstanden Als ich für einen Stream Eigentlich so KI Ansagen machen wollte Mache ich jetzt in dem Video nicht Ich mache es mündlich Und schriftlich Aber das mit KI Ansagen kommt noch Nur als Beispiel Bezüglich KI Wenn ich jetzt eine Zugdurchfahrt Auf Gleis 1 Anmelden möchte Dann mache ich das hier Meine Damen und Herren Achtung am Gleis 1 Ein Zug fährt durch Ich wiederhole Achtung am Gleis 1 Ein Zug fährt durch Und NC Das soll sein Dass ich dann irgendwann Mein Programm habe Das dann automatisch Weiß welche Züge Wenn wir reinfahren Und die Ansagen bereitstellt Und dann brauche ich Nur noch einen Button drücken Das ist definitiv möglich Mal schauen Vielleicht bis Ende des Jahres Habe ich dann jetzt fertig Das wäre das ultimative Tool Dann für den Stream Wenn ich mal streame Er schiebt das Ganze Von mir hin Ich wollte eigentlich Am Freitag streamen Also heute ist für mich Sonntag Am Freitag war da Bitter nichts los Ja vielleicht noch Der Aufnahme von hier Man weiß es nicht So wo ist der Kandidat 15,19 Ein paar Minuten hat er noch Liebe Leute Ich glaube wir machen Mal ganz kurz einen Cut Wir sehen uns gleich wieder Okay Leute Er ist aufgetaucht Sagen wir mal Witter Mal schauen ob ich Jetzt richtig bin Ja Der kommt wirklich Von da hinten Okay Müssten wir das auch mal Und ich meinte Irgendwo hat es auch noch Eine langsam Vorstelle Ich werde nochmal beobachten Wie es schneller fährt So 26 Ich warte noch mit der Blockade Zur nächsten Station Wo die Abfahrt erst um 26 ist Jetzt ist es 18 Zu SOP Geladen und bereit Ein Level 3er Und Und Ja Ja okay Ja okay Sorry Das ist jetzt verewigt Auf YouTube Ja gut Ein halt hat er ja noch Was ist das hier Ist das hier Wo kommt der Von da unten Das ist halt blöd Wenn man so Spionase Spots hier hat Mensch was ist denn los Blockiert Blockiert nicht mehr Den Weg zu mir Ich muss dringend Fertig werden Was Okay Der muss dringend gehen Und ich soll nicht blockieren Und ich soll nicht blockieren Ja geil Dann wird es wohl Eine SZ-Fahrt werden So weit hat das gar nicht ausgesehen Ah da können die Leute Hier noch ein bisschen heizen Und wenn er da ist Gibt es dann die Ansage Für Unseren Bahnhof Der irgendwo da hinten ist Ach ja genau Du solltest vielleicht auch mal zugehen Möchtest du zugehen Es geht zu Sehr gut Noch ist SOP happy Okay Drück den Daumen Er schafft es Er wird langsamer Werde es schaffen Hier anzuhalten Ohne zum Drüberschießen Ja das sieht schon viel besser aus Geht doch Geht doch So Die Ansage Es hat gut funktioniert So Jetzt Alle Damen und Herren Was ist das Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist los? Hast du jetzt irgendwas kaputt gemacht? Einmal mit Helden. Ich glaube, ich gehe wieder runter. Sehe ich denn vielleicht besser als die Stones. Nö, oder auch nicht. Das ist ein bisschen jügelig da hinten. Oh, das muss richtig... Das muss noch richtig Spaß machen, hier mit dem Güterzug zu fahren. Das war meine Idee fürs nächste Mal. Ja, da hinten, glaube ich, hat es eine Langsamfahrstelle. Bitte einmal abbremsen. Ne, oben ist doch besser. Irgendwo da hinten. Äh, warum reagiert... Was zum... Hä? Was... 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 Ah, kein Kommentar dazu. Lettere der erste Zug ist ein Chaoszug. Ah, ja. Was auch immer der da gerade gemacht hat, dass er wieder rückwärts gefahren ist. Schlimm. Ah, ich habe noch einen zweiten Zug für 16,33. Ah, ja. Okay. Da gibt es definitiv einen kleinen Cut. So, dann machen wir hier mal so ein Timmelskill. Er ist offline. You will continue with this section signal. Ja, jetzt mache ich mal ganz kurz die Spons zu, wenn er da reinfährt. Oh, ne, jetzt endlich sehe ich ihn da hinten. Ja, interessante Streckenführung. Aber damit nach oben kriegst du dich von mir, Kollege. Für die Aktion. Okay. Gehen wir mal wieder runter. Mensch, komm, lauf die Kamera ab. Was sind die schrägsten Sachen hier drin? Sie stellen wir uns mal hier so rein. Äh, Block habe ich aufgelöst gehabt. Ja, habe ich. Sehr gut. So, wo ist bei mir übrigens die SZP? Das ist echt da. Sehr gut. Jetzt fährt er wieder so langsam. Dann die zweite La. Es wird doch nicht so steil sein, dass er da so brutal abbremst mit dem Teil. Nee. Yeah, er hat es geschafft. Er ist endlich hier oben. Also es ist jetzt 1529. Um 1626 hätte er hier eigentlich durchfahren sollen. Interessanterweise, ich sehe gerade auf SZP, was ich auf einem anderen Monitor habe. Und das läuft ganz normal. Wann er so crazy Sachen gemacht hat. Ist SZP tatsächlich happy für den Moment? Moment. So. Läbst jetzt auch stehen. Nicht drüber schießen. Ah, er hat es geschafft. Das war wohl nichts mit der Weiterfahrt. Sorry. Jetzt habe ich eine Einfahrt gehabt, aber keine Ausfahrt. Ist das was Neues? Oder... Was ist der Plan? Hello? Ja. Da ist er weg. Na gut. Also, Einzug habe ich noch. Ich glaube, den geben wir uns noch. Und dann war es jetzt mal mit dem Einblick hier in das Stellwerk. Also, wir sehen uns gerade nach dem Cut. So, liebe Leute. Da sind wir wieder da. Und es hat sich ein bisschen was getan. Denn ich habe ein paar Fahrpläne bekommen. Ich zeige euch das mal. Und der allererste Fahrplan ist interessant. Denn dieser Jan, das war genau der Fahrrad, den wir vorher gehabt haben. Der ist jetzt mit einem anderen Zug unterwegs. Jetzt mal mit einer EP. Und fährt nach Schermin. Und es kommen jetzt auch noch zwei Express. Uhrzeittechnisch fast gleich. Ankunft jeweils um drei nach. Im Gegensatz der Richtung. Einer hat schon blockiert. Der andere kommt da hinter dem Jan. Der kommt jetzt da gerade. Ist jetzt gerade rot worden. Da ist Arcadia 3, 4, 4, 50. Kann ich dann gleich in der Minute blockieren. Und der Express, das ist der 2, 2, 3, 4. Durchfahrt 16.03. Da erwarten wir noch ein bisschen. Der hat ein bisschen Fahrweg. Ja, und ich werde das dann live sehen. Sollte SOP eine Störung haben. Da blimmelt's. Was ist los? Achso. 2, 2, 3, 4 ist abgefahren. Soll ich blockieren? Nein, es ist noch 49. Jetzt ist es 50. Machen wir das mal. Der fährt nach Anschluss IS. Scheint frei zu sein. Wunderbar. Ausfahrt ist gestellt. Ah, ich hoffe, der macht keinen Scheiß. Diesmal muss er nicht anhalten. Glaube ich. Kann man es kurz kontrollieren. Nein, der muss nicht anhalten. Der muss einfach nur fahren. Es sollte machbar sein. Kann ich eigentlich da irgendwie hinstellen? Ich kann. Nice. Ah, so schade, dass man mit dem Gleis hier nichts anfangen kann. Wie weit kann ich gehen? Ah, eh bis da vorne. Es ist nur das Teil, wo man nicht raufgehen kann. Eigentlich noch eine schöne Ansicht hier. Alles gut im Blick. Gut, auch von da oben, aber hat was von hier unten. So. Dann heißt es eigentlich nur noch warten, bis er kommt. Links ist noch nicht rot. Ja, passt. Okay. Ich mach für euch mal kurz einen Minicut, bis er da ist. So, da bin ich wieder. Und ich hab News. Keine guten. Denn ratet mal, welcher Zug offline gegangen ist. Und das ist schon seit ein paar Minuten. Unser Lieblingszug von vorhin. Er ist nicht da. Das heißt, der nächste wäre dann halt der Express. Der kommt. Wir warten jetzt aber noch, weil vielleicht taucht er ja doch noch auf. Aber... Das ist schon ein bisschen lang in der Todeszune. Ja, okay. Ich tue das zu leer, aber halt im Offline. So halt. Ah. Irgendwie hätte ich mich ja gefreut. Schade. Schade, 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 schade. Das ist jetzt echt blöd. Weil da hinten kommt halt noch ein Express. Der würde gerne fahren. So, Mist. Ja, doch. Er hätte jetzt eigentlich da sein sollen. Also wir haben es 56 jetzt. Ja, geht nicht anders. So, 56. Und 3, 4, 5, 6, 7 Minuten vor... 7 Minuten vor Abfahrt. Soll ich da schon mal blocken für den Express? Ich glaube, ich warte, bis er hier ist. Ach, wann. Na gut, dann können wir uns eigentlich mal hier hinstellen. Und den Express beobachten. Wenn er dann gleich vorbeirauscht. Ich darf dann nur die Anzeige nicht vergessen. Okay, also liebe Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Express ist da. Kommen wir mal Vita. Wunderbar. Und der muss nach Kovalevo, D, A. Das heißt, wir werden hier mal sperren. Wo ist Kovalevo, okay. Wo ist Kovalevo, D, A. Ja, das passt. Und auch mal sperren. Dankeschön. Und Ausfahrt. Nice. Und für den Kollegen. Wenn wir es mal zumachen. Wo ist hier S? So, du fährst über Gleis 1. Meine Damen und Herren, Achtung am Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung am Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Nice, das hat sehr gut geklappt. Super geil. Ja, die Short-Texte für die Durchfahrt. Die habe ich mal auf den Hotkey gelegt. Man verändert sich hier auch nicht. Was ist los? Nichts für mich. Okay. So, ich wollte dieses S auflösen. Wo ist das? Ich kann es nicht lesen. Ah, Z, S. Ich finde es gerade nicht. S, Z. Nein, wo ist S? Gut, es ist jetzt eh egal. Weil da jeder Express einfährt. Aber ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo es S ist. Mann, Z, K, L, M, N, O, P. Was ist das hier? Ich traue mich jetzt nicht irgendwie rumzuspielen, solange er da unterwegs ist. Ich will jetzt auch so sehen. Seine Fahrstraße zurücknehmen. Das wäre ein bisschen dämlich. Weiß er auch. Oh, das war ein bisschen leck. So geht das. Einfach durchheizen. Jetzt ist wieder ein anderer Kollege. Wie lange dauert es, bis ich dich da sehe? Ja, da hinten kommt der Ockel. Das dauert nicht so lange. Gut. So, das muss ich schon mal vorbereiten. Schneller Kollege. Ah, der andere Express. Bist du mit Verspätung weg? Ich weiß nicht so aus. Er hat um sieben abgefahren. Oh Gott. Oh, wie spät sie ist, wenn er da ist. Ja, da ist er voll am Heizen da hinten. Echt schade, dass es mit der Parallel-Einfahrt jetzt nicht geklappt hat. Das wäre noch echt schön gewesen. Aber immerhin. Ich habe eine Ausfahrt. Hoffentlich. Ich glaube, die Steigung da hinten hat es schon ein bisschen linsig. Da ist er jetzt auch runtergegangen. Gut, die Fahrt. Dann tun wir mal abstempeln. So, ist durchgefahren. Und er ist jetzt hier. Abfahrt um sieben nach. So, ich wollte die Abfahrtsmeldung machen. Nach Kovalevo. Kovalevo. 2234. Ist weg. Grebo. Ja, komm, gucken wir mal. Polak. Grebo. ZB. Ist frei. Was will der Chat? Also, hat noch Danke gesagt. Grebo ist frei. Dann. Durchfahrer auf der 2. Meine Damen und Herren, Achtung am Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung am Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Hättet man es. Anzeige ist gemacht. Schön, wenn eine Sache funktioniert. Okay, das da hinten ist wirklich nicht so lange. Das lange Stück ist wirklich da hinter uns. Oh, der macht auch eine Flag-Party. Schade. Okay. 2 Minuten zu früh. Ich glaube, das ist verdrehtbar. Und einmal plus plus hinterher. Nice. Also, ich habe nur noch einen Zug. Der ist um 16.42. Ich glaube, den werden wir uns sparen. Ich meine, für... Meine Stimme. Hallo. Für die kleine Vorstellung hier, glaube ich, reicht es. Ich brauche schon ein bisschen Action mit dem ersten Zug. Aber ja. So eine nette kleine Station für zwischendrin. Ab Level 3. Kann man sich mal anschauen. Ich glaube, da kann man ganz gut Traffic hier kriegen. Man darf sich das einfach nicht hier zumachen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es doch in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst. In TD2. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tudel.